Ich nenne das nicht behindert, ich nenne das nur anders befähigt. Lassen Sie mich Ihre Beine und Ihre Hände sein. Das ist wunderschön. In Ordnung. Wann mussten Sie zum letzten Mal alles für eine Problemlösung geben? Heute Morgen, um aufzustehen. Sie liefern uns nur irgendwas? Ja, Bewerbungsnachweise. Einfach unterschreiben, bitte. Wie soll ich das unterschreiben? Keine Ahnung. Schön ordentlich? Funktionieren Ihre Arme nicht? Tun Sie nicht. Ich brauche Unterstützung. Wie viel springt dabei raus? Kutalien! Haben Sie schon mal einen Katheter gewechselt? Nein. Man drückt die Spitze zusammen und führt ihn rein. Ich spüre nichts davon. Aber ich schon. Der Guth, der Guth! Sie machen ja Waterbody mit mir. Welches Auto ist es? Wie rechts steht. Oh mein Gott. Sie sind nicht sehr praktisch. Genau! 14 Hot Dogs und ein Hot Dog. Also 1500 Hot Dogs. Seid ihr beide high? Er ist ein verwundbarer Mensch. Und mir macht der Gedanke Angst, dass er in die falschen Hände gerät. Ja, das tut es. Du wirst jetzt tief einatmen. Oder ich mache dieses Mund-zu-Mund-Ding. Bist du wütend? Willst du Carters Weinflasche kaputt machen? Ja! Der weiße Stier. Was? Der hat etwas aufgeräumt. Bleib ganz locker! Hey, ich bin doch locker! Klugen Frauen ist wichtig, was da oben drin ist. Und da drin. Was habe ich gesagt? Was hältst du von der Lady mit dem vielen Botox im Gesicht? Ihr würdet euch perfekt ergänzen. Du kannst deine Beine nicht bewegen und sieh nicht ihr Gesicht. Entschuldigung!